Ladies and Gentlemen, Willkommen zurück zu Let's Play Singular! Wir befinden uns... Es dauert viel länger zur Bahn zu kommen, als ich gedacht hätte. So... Wir müssen uns hier durch ein paar Phase-Verschiebungs-Maßnahmen arbeiten. Alles jetzt? Weil es sinnlos ist, Michael! Du setzt diesen Menschen Druck aus dem Risiko aus! Nein, was du tust, ist auf den Tor zu warten! Aber es ist zu gefährlich da draußen! Hör zu, die Kanalisation führt uns zum Bahnhof. Von dort aus können wir einen Zug zu den Dux nehmen und fliegen! Nein, das ist Selbstmord! Nun gut, ich wünsche dir alles Gute, mein Freund. Ich hoffe, wir sehen uns auf dem Festland, im Kreise deiner Familie. Naja, man sieht keine Leichen mehr und so. Scheinen die ja hier nicht alle krepiert zu sein. Oh, oh! Oh mein Gott, der hat ja den Spitzsack im Kopf! Oh! 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 Okay! Okay! Korrektur! Irgendwie... Irgendwie... Ich glaube, irgendwie ist das schief... Oh mein Gott, da ist ja der Nächste! Jesus Christ! Oh! Oh! Booh! Wo stehst du? Scheiße What is this fuckery? Where is the fire now? Oh Gott Sagen! Mein Gott! Krepiert der gleiche Typ! Von dem brauche ich nicht mehr als nötig Oh mein Gott, da ist ja auch noch einer Der hat auch noch einen Spitzhack im Rücken Haben die sich hier dann gegenseitig umgebracht? Wirkt immer so, als ob die Story hier extrem viel zu bieten hätte Aber das Spiel Könnt ruhig ein bisschen mehr drauf rumkochen Sag ich mal, also mehr Story halt Dies sind die Aufzeichnungen von Pavel Fedorov Ich mache mir langsam Sorgen Um Grigori, ich habe jetzt Vierter nichts mehr von ihm gehört Er sagt er, er wird bei einer Aufregenden neuen Transportform testen helfen Hoffentlich hat der Junge in ihr nah Sich nicht für etwas gefährliches freiwillig gewählt Ihr arbeitet an Phasenverschiebungen Und so'n Scheiß Und denkst du dir wie sicher das ist Okay, so Ja, ja, Teleportation Phasenverschiebungen Kann gar nur schief gehen Was? What the fuck? Ich frage mich vor Mal mit einem Interagiergang Gibt bestimmt Erfolg Ich frage mich vor Wir sind durchgebrochen Haben alle getötet Alle! Verzeih mir Michael, du hattest recht Wir hätten mit zu den Docks gehen sollen Nein! 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 Ist ja nett gewesen von dem Monster Dass es die Audioaufzeichnung beendet hat So Und Da schönes 200 Technology Ich hab mich vertraut Es ist ja gar keine 1.200 oder so Technologie Technologie Oh Oh no! Was ist denn mit dem los? What the fuck? Warum bewirft der mich mit einem Sprengfass Das ist meine Raison Ja, du machst das nicht Vermann dein Freund Freunde Ah So Öffnen Öffnen Technology Two-Face Das böse Gesicht von Two-Face Das war kein Two-Face Das war kein Two-Face Oh Ups Oh Den Fort mit euch Ihr Besschen Ich weiß gar nicht wie viel ich erwischt hab Mit dem Sprengfass Hätte doch ein Verdammt noch werfen können Egal Ich glaub hier unten war doch noch so ein Teleporter Typ Und dann Wahrscheinlich ist er hier nicht mehr Also gehen wir einfach weiter Ich frage mich ob wir noch gegen dieses Cthulhu-Ding kämpfen müssen Oder Strider Fuck Oh Es bricht mir das Herz, dass wir zu spät gemerkt haben Dass dieser Kreaturen bling sind Alexey ist unnötig zum Opfer gefallen Wären wir einfach leise an den Bistiern vorbeigeschlichen Würde er noch leben Es tut mir leid, dass ich dich enttäuscht habe, Alexey Uns alle enttäuscht Obwohl die meisten Text-Nachrichten ist jetzt ja eher so ein Naja Mut-Ding sind Um halt die Atmosphäre ein bisschen zu setten Hat man aber auf jeden Fall Bis jetzt Oder bis dato Ähm Wenig Nützliches gekriegt Aber das hat dir jetzt halt Informationen Weiter Es dürfte nicht mehr weit sein Bewegt dich langsam Die Kreaturen sind immer wieder gegen das Geräusch Lecker 1,2,1 1,2,1 1,3,1 1,2,2,3,2,1 2,1,4,2 Eine Geräuschgrüße. Man muss nur noch was machen, dass man sich nicht zu aufmerksam macht. Jetzt wollen sie euch aber hier, oder jetzt wollen sie mir aber wirklich hier so eine Mission reinkloppen, wa? Ja, aber ich fand schon auch, wenn ich schlafen will, das ist richtig ekelisch. Ich wollte sagen, ihr habt mich gar nicht bemerkt. Ich bin gar nicht da. Da sind wir jetzt verdammte blinde Zombies oder Google, oder so. What the fuck? Du hast eine Gesicht. Yes. Das kann nicht mal eine Mutter, liebe. Okay, so, Moment. Was ist denn jetzt nicht zu einer normalen Stelle? Ja. Okay. Was ist denn? Was ist denn? Ich kann nur jetzt nur eine Frage der Zeit sein, bis sie mich bemerken und dann so oder so hinter mir herkommen. So, hier kann man gar nicht mal so viel zu sagen, weil ich mich ja ein bisschen konzentrieren muss. Ah, was ist denn so nerviger Part wie mit diesen verfluchten Zecken? Die Zecken waren besitzt das Schlimmste. Auf jeden Fall, wenn ich da nur direkt rein springt. Oh, schön. Schön. Ah. Ah, Technologie. Manchmal ein Segen, meistens ein Fluch. Ja, auch mal die I-90-Technologie. Ich frage mich schon, ob ich da was geben kann. Was, um endlich mal wieder Waffen abzubilden. Ach, schon eine Weile, keine mehr. Mach doch so einen Scheiß nicht. Ich hasse so einen Headcrap-Shit. Ich hasse diese Verfolgung. Natürlich kommen jetzt Zecken. Das muss ja sein. Ähm, viel, du hast genug. Aber egal, an der Stelle werden wir den Part erst mal bergen. Ich danke für das Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.